Hallo verehrte Zuschauer, willkommen zu einem weiteren Video von Elliot Waver Live. Mein Name ist Frank Schuh. Es geht in diesem Video um die Pfizer-Aktie. Ja, nachdem also in den letzten Jahren die Menschen unter dem Impfstoff von Pfizer gelitten haben, ist es nun so, dass jetzt Pfizer im Umkehrschluss unter den rückläufigen Impfquoten leidet und Einbußen beim Umsatz und Gewinn hat. Mit einem insgesamten Umsatz im zweiten Quartal von 12,7 Milliarden Dollar hat Pfizer 54 Prozent Binnenjahresfrist verloren an Umsatz. Der bereinigte Nettogewinn, der fiel noch viel stärker, der ist von April bis Juni um 67 Prozent auf 3,84 Milliarden Dollar gefallen. Ja, während der Markenvorstand von VW letztens sagte, dass der Dachstuhl brennt und dass die Marke VW sogar in Gefahr sei, ist es hier, dass seit dem letzten Tornado Pfizer in einem seiner Hauptproduktionsstandorte gar kein Dach mehr hat. Mich interessiert aber weniger jetzt diese Seite der Medaille, die fundamentale Seite oder womit die Leute ihr Geld verdienen. Mich und auch wahrscheinlich Sie interessiert vielmehr, was das denn jetzt hier derzeit für die Aktie bedeutet. Und deswegen habe ich Ihnen die mal kurz hier im Wochenchart zusammengezaubert. Hier sehen Sie das große Bild. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass wir hier am unteren Tief hier eine Make-up-Break-Linie haben. Das heißt, wir müssen immer berücksichtigen, sollte das Papier nochmal fallen unter 27,91 Dollar, dann ist noch ein Szenario denkbar, wo es deutlich tiefer geht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass wir, wenn diese zwei beendet sind, wieder steigern, ja, dann gilt das unter dem Vorbehalt, dass wir tatsächlich nicht diese Make-up-Break-Linie reißen. Wir haben hier nämlich letztes Mal, letztes Mal hier im Dezember 2021 das Allzeithoch ausgebaut. Da lief dieses Geschäft wohl noch, wie wir alle wissen. Und dann wurde diese AWC-Welle hier eingeleitet. Und das voraussichtliche Ende habe ich jetzt hier bei 32,71 und 85,8 Prozent errechnet. Bedeutet aber, dass nichtsdestotrotz das auch schon vorher abdrehen könnte. Das heißt, es ist schon möglich, dass ab jetzt wir das Tief erreicht haben und dass es weiter hoch geht. Nichtsdestotrotz, aufgrund der Wellen, die ich hier sehe, rechne ich eher damit, dass wir fast die 88,7 Prozent hier unten anlaufen werden. Ich möchte also derzeit noch gar nicht ausschließen, dass wir nicht hier noch tiefer kommen können. Aber wir können hier nichtsdestotrotz einen sehr guten und sinnvollen Stopp setzen. Ich mache nochmal hier die MUB jetzt im Tagesschatten. Die andere war nur für den Wochenchart, auch wenn die auf dem gleichen Niveau liegt. So, das hier wäre jetzt die Grenze. Das würde bedeuten, wie geht man jetzt daran? Wir haben hier bereits das 61er Retracement, das 50er haben wir schon lange überschritten. Also Aussage Nummer 1 ist deshalb, es kann jetzt bereits steigen. Nun kann man hier die erste Position quasi hier zum Marktpreis erwerben. Der Stopp würde meines Erachtens hierhin gehören, auf einem Niveau von 90 Prozent. Das ist der Kompromiss zwischen der letzten Ausfahrt, 88,7 Prozent. Ich nenne das immer letzte Ausfahrt, weil das ist das stärkste Retracement, bevor die 2 sich in Luft auflöst und die Zählung kaputt geht. 100 Prozent ist aber immer die Make-or-Break-Linie. Und ich gehe ungern so weit, meinen Stopp direkt an die Make-or-Break-Linie zu setzen und setze ihn deswegen immer bei 90 Prozent. Das ist meine Philosophie, die möchte ich niemandem aufschwatzen. Ich zeige das nur so, wie ich das jetzt machen würde. Und dann wäre hier jetzt aktuell der Marktpreis, also der Einstieg. Wenn jetzt ich hier eine Position kaufen würde, dann habe ich ja ein Risiko und dieses Risiko würde sich dann belaufen, das ist jetzt eine ungefähre Angabe, bei 15 Prozent. Jetzt muss ich nochmal zurück hier, wir müssen hier die Welle 3 sehen. Diese Welle 3, die hat jetzt im Moment hier erstmal nur 123 Prozent Ausdehnung eingezeichnet. Also auch mal eher konservativ. Und jetzt kann man hingehen und von hier aus sagen, okay, wenn ich hier eingestiegen bin und es geht dorthin, dann habe ich 102 Prozent auf der Chancenseite gegenüber 15 Prozent auf der Risikoseite. Und das ist also eine sehr, sehr gute Quote. Das sind so 1 zu 9 oder sowas in der Richtung ungefähr. Und damit wäre das also das Risikowert, was ich hier eingehe. Deswegen gehe ich jetzt hin und werde die erste Position hier einkaufen zum Marktpreis und werde hier noch eine Limit Order setzen bei 78 Prozent. Da mache ich einen zweiten Einstieg hin. So gehe ich jetzt da ran. Ich werde dann meine eine Position, werde ich dann bereits verkaufen bei 100 Prozent Ausdehnung und die zweite Position werde ich verkaufen bei 123,6 Prozent. Man kann aber auch hingehen und sagen, okay, wenn das hier erreicht worden ist, die 100 Prozent, dann setze ich ab hier bei allem, was darüber geht, einen Trailing Stopp und lasse mich einfach mitziehen, bis irgendwann das Maß erreicht ist und der Kurs wieder runterkommt, denn sie könnte ja auch die 161,8 hier oben erreichen. Und wenn anschließend eine Welle 4 kommt, dann würde ich die ja zwischen 23,6 bis 38,2 Prozent im Durchschnitt erwarten, die Welle 4. Das heißt, wenn Sie jetzt hier den Abstand Ihres Trailing Stops zum jeweiligen Kurs, also wenn der Kurs die 100 Prozent erreicht und Sie setzen den Abstand Ihres Trailing Stops ungefähr mal 10 Prozent darunter, dann wollen wir mal eben schauen, ob das funktionieren würde, ob sich das lohnen würde. Dann würden Sie hier sozusagen dann Ihren Trailing Stopp setzen und dann würde der Kurs immer mitgezogen werden und würde, solange der Kurs nicht zurückläuft, immer die 10 Prozent Abstand einhalten. Und wenn nun das Hoch dieser Welle 3 irgendwo erreicht ist und die 4 eingeleitet wird, dann verlieren Sie auf dem Weg in die 4 die ersten 10 Prozent und dann dürfte der aber dann auch noch mal unter Ihren Trailing Stopp drunter gehen und die 4 abholen. Ich hoffe, dass ich mich hier jetzt so verständlich machen konnte. Das ist ja gar nicht so simpel zu erklären manchmal sowas. Ich hoffe, dass Sie mich da verstehen konnten und das nachvollziehen können. Dann holen Sie eventuell mehr daraus, als wenn Sie statisch Ihre Positionen hier oder hier oder dort auslösen oder auflösen vielmehr, weil Sie ja nicht genau wissen, wo letzten Endes das Ganze auslaufen wird, also beendet wird. Ja, das habe ich jetzt mal extra nur auf Tagesschartbasis gemacht, weil diese Bewegung, die würde ich etwas längerfristiger sehen und ich hoffe, dass Sie damit Erfolg haben. Besuchen Sie meine Webseite www.eliardwaver.live. Dort bekommen Sie stets die besten und präzisesten Analysen für die wichtigsten Märkte dieser Welt in schriftlicher Form. Jeden Tag pünktlich zum Frühstück, auch für die Frühaufsteher, so, dass Sie wirklich bestens gerüstet sind, um das Optimale aus Ihrem Trading herauszuholen. Die Trefferquote ist sehr, sehr hoch. Auch ich liege manchmal falsch, aber ich zeichne immer genau die Marken ein, die Make-or-Break-Linien, damit Sie wissen, wo liegen die Gefahren. Wenn Sie die von vornherein bei Ihrem Trading mit berücksichtigen und einkalkulieren, dann sind Sie immer abgesichert und haben keine unliebsamen Überraschungen. Das gesamte Paket mit neun Analysen, mit allen wichtigen Märkten dieser Welt, gibt es zum 30% Rabatt umgerechnet für 58 Cent pro Analyse pro Tag, wenn Sie es umrechnen würden. Das macht 157 Euro und irgendwas, ich glaube 25 Cent für den Monat. Hat den großen Vorteil, Sie haben auch dann, wenn die Indizes zum Beispiel eine Schwächephase haben und seitwärts laufen, dann haben Sie genügend Alternativen, zum Beispiel das Gold zu handeln, das Silber zu handeln, das Öl zu handeln, das Natural Gas zu handeln oder den Euro-US-Dollar zu handeln. Und so haben Sie verschiedene Klassen, die Sie handeln können. Und damit haben Sie immer die Gelegenheit, dabei zu sein, denn Sie erhalten auch die Charts, die ich dort zeige, vom Wochenchart über den Tagesschart, dem 4-Stunden-Chart, bis runter auf die kleine Ebene des Stundencharts. Ich zeige Ihnen das an einem einzigen Beispiel ganz schnell. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel den DAX-Index und hier haben wir jetzt die Analyse von gestern Abend. Ja, was ist passiert? Ich habe das hier eingezeichnet. Ich habe gesagt, es geht runter heute. Das war hier hinten. Das war hier. Moment. Hier war es. Da, wo die 2 war, da habe ich gestern Abend die Analyse gemacht, habe entsprechend meinen Text dazu geschrieben, habe gesagt, es geht runter. Und dann habe ich hier die Buybox eingezeichnet. Sie erhalten ein Signal und wissen, alles klar, hier kann ich wieder kaufen. Aber da die Buybox hier oben endet und hier unten endet, kann man sagen, ab hier wird es relevant. Das heißt, jetzt schon auf der Hut sein. Es kann sein, dass der Markt jetzt schon abdreht. Das ist immer die Varianz, die Sie haben, die Sie kennen müssen. Aber in der Regel passiert das dann auch so. Und hier in diesem Fall im DAX-Index sehen Sie jetzt mal kostenlos, was die aktuelle Analyse ist. Hier die Make-up-Rick-Linie und die nächste Bewegung hoch in die 3. Und das wäre jetzt wieder mal ein Schluck aus der Pulle von hier nach da oben. Das sind nochmal 3,68 Prozent im DAX-Index. Der macht hier nochmal 590 bis 600 Punkte der Markt. Seien Sie dabei, jetzt ganz einfach zu buchen über Elliot Waver mit Doppel-L und Doppel-T ElliotWaver.live Dort finden Sie das große Paket alle neuen Märkte jetzt zum Sonderpreis für 157 Euro und ein paar Groschen mit 30 Prozent Rabatt. Ansonsten kostenlos biete ich Ihnen noch natürlich den YouTube-Kanal, aber auch den Discord-Server und den Telegram-Kanal. Da gibt es eine große Gruppe von Tradern, die sich dort austauschen. Die lasse ich dort auch hochstellen. Ich mische mich da nicht über Gebühr ein, denn das soll eine Plattform für euch sein. Alles kostenlos. Ein toller Austausch. Ihr findet diese Informationen in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Und jetzt wünsche ich euch auch mit der Pfizer-Analyse hier eine gute Hand und hoffen wir, dass die MOB hält. Aber wie ich schon sagte, der Stopp hier, der rettet uns. Das ist ein sehr kalkuliertes Geschäft. Bis dann, der Frank Schuh von Elliot Waver live.